ARD Text im Auftrag von Funk Gut, wie die Moschee weiß ich nicht, das andere weiß man ja schon Was? Fah- B und N tut auch irgendwas, ich drück jetzt mal kurz die Tassen da durch Ich hab übrigens aus meinem Kit jetzt wieder das rausgenommen, was ich letztens reingeben hab, dieses länger fliegen und weniger hoch, das war ein kompletter Bullshit, also vom Movement her hat's mir persönlich alles zusammengeraut, also es hat überhaupt nicht mehr passt dann, also ich hab das jetzt wieder weg da Alright Prospector, complete the most contracts if you want top marks and remember to get off the planet before it kills you Ja, ja, wir denken daran Die Refiners display their owner and their current refining rate. This rate will increase the longer the refiner is active Ja, ich wollte ja nur auf den Berg rauf Mehr wollte ich ja gar nicht So, hoch da Hä? Warte Hey, da ist nicht der vorbeigrenz Da kommt die Kohle, gelaufen Vielleicht haben sie das mittlerweile sinnvoller gemacht, dass da immer mehr kommen, je länger es steht, desto mehr filtert das Ding raus Es kann schon sein, dass das jetzt so sinnvoller wird, so kommt da jetzt immer wieder Monster? Nee, oder? Toll Wir sind super Unsere Typen, wir verstreuen uns schon wieder alle irgendwo Ab nochmal Was gibt's denn auf der Map, zum tun, wenn er Ja, ich hab keine Ahnung, wo sie alle hingehen wolltest, aber Wir könnten ja mal einfach probieren, alle in die gleiche Richtung zu gehen, wenigstens Ja, mal Ja, dann gehen wir da her Ja Level up Ja, es ist schon Es fliegt viel weniger lang als mit dem Upgrade, dass ich länger fliegen kann und dafür weniger hoch, aber Du kommst irrsinnig schwer auf Berge rauf und ich mag dieses vertikale Gameplay schon, dass man da auch nach oben kann Ich zeige einmal, jetzt ist es komplett wahnsinnig, wieso kommt sie jetzt alle da her? Ja Ist er nicht Oh, da oben ist eh einer von mir, ja mal da hin Kann ich das eigentlich auch machen? Wo? Stay on your toes Ich hoffe das war einer von meiner... ja, war auch Jetzt hauen wir auch an. Ich seh das aber grad nicht. Die können ja alle nach uns. Na, komisch. Muss ich mal genauer noch anschauen. So. Ich weiß ja schon, das qualit mir besser. Als das andere. Das werd ich auch rausnehmen. Dann eben einen Krawatwerfer rein oder so. Irgendwas, was Bomben macht. Die find ich eigentlich am coolsten von dem her. Ja, sicher können wir das. So, jetzt wollen wir sich mal die Heilung. Ja, damit. Was ist denn da? Man, da noch was in der Nähe. Man, ich füge da eine ziemlich allein unterwegs da drin. Man, da noch was. Man, da noch was. Ja, wo gehen wir hin? Das nächste wird deaktiviert. Gehen wir da hin. Sofern das jetzt stimmt, was ich da jetzt gesehen habe. Aber ich denke, das müsste passen. Jep, da ist er. Könnt der jetzt schon uns? Ja, können wir. Na, wieso komme ich denn da? Ich muss da weg. Und kann mich auch nicht heilen, nämlich gerade. Ja, ich kann nur da hinballern und hoffen, dass die sich verpissen von dort. Ja, okay. Ah fuck, da brauch ich jetzt noch ein bisschen mehr Ah fuck, das sind ja nicht mal meine da, ja? Oh meine finder Schau mal die Schockgranate. Es gibt es ja nicht. Ich wollte ihn retten. Scheiße. Ich wollte den Typen haben. Ich hätte ein paar kriegen können. Meine Scheiße. Ich wollte ihn retten. Ich bin gerätzt und weg. Komm, verpiss dich jetzt. Ja, rennt er wieder auf. Schon recht. Ich bin hinter dem Felsen da irgendwo. Nein. Nein. Ich kann nur mal anlecken. Das war. Ja. Für den Arsch. Splittergewehr. Ja, das war jetzt nicht so toll. Die Runde muss man ja nicht sagen. Wir haben da jetzt nicht so viel auf die Reihe gebracht. Ja. Na ja. Man kann ja nicht alles gewinnen. Ist leider so. Ja. Ja. Ich meine, ich finde. Das erste Quer da. Finde ich super. Aber das macht man's wenig Damage. Das finde ich Käse. Aber das macht's wenig Damage. Ähm. Was kann man in der Ausstattung da reinhauen? Haben wir da mal noch? Ist der schon drin da? Ne. Den werden. Das werde ich mal rausnehmen. Aber das. Halt mal. Kann man das nicht wieder? Ja. Das kann. Ja. Lassen wir mal so. Schauen wir mal was die können. Ähm. Ich finde den auch wie vor eins der besten. Vielleicht gibt's da noch bessere darunter. Auf zum Beispiel ein Repetiergewehr. Was ich noch verwenden kann. Die Koralev. Haben wir irrsinnig wenig. Die ich jetzt da gerade nicht spiele. Weil wo sind denn da Maschinenquercote von der Koralev? Ist das ein Scrapper? Was mach ich da falsch? Ich sag die andere Fraktion mal leveln. Wenigstens auf Stufe 2. Okay. Gut. Wir werden das noch ein paar Mal spielen im Ranglisten. Geht ja noch ne Weile. Und schauen mal was wir rausbringen. Aber vielleicht nehme ich auch mal den Geschützturm. Statt dem anderen Tag jetzt mit. Ja. Der kann auch was. Okay Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Runde. von The Cycle. Oder einem anderen Spiel. Das ich gerade spiele. Also. Halt's die Ohren statt. Halt's ein Abo rein. Die Glocke. Dann verpasst nix. Bis zum nächsten Mal. Habts viel Spaß. Und tschau. Der Juni kommt auf da Applaus auf dem tutorial. Kurzer. WORK聊.